Ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin Aram und in dem heutigen Ranked Game spiele ich wieder einmal Master Yi im Jungle. Mit dabei ist wieder die Alexa. Ja und des weiteren noch im TS, aber nicht in unserem Game, sondern in seinem eigenen ist der Can. Ja und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Oh man, ey die ganzen Zams sind gerade geflogen. Ich dachte das wäre nichts und dann wurde es auf einmal 1v3, äh, scheiß. 1-7 steht's. Oh. Egalen Xen hat schon Dreck jetzt, äh. Was spielst du denn? Ich spiele Cain im Jungle. Ich werde später eh und tödbar sein. Ich spiele den Tank Cain. Ja, den würde ich sowieso nur spielen. Also es heißt ja nur, wenn es ganz weiche Ziele sind. Genau. Habe ich letztens gemacht, ey. Ich bin durchgerannt. 1, 2, 3, immer die ganze Zeit so. Ja, das geht. Aber wirklich nur gegen weiche Ziele. Ja und vor allem ist es so Raka gewesen. Ich hätte die gekillt, die hat mich gesilent und ist weggeflasht. Ah. Ich hätte nur noch Legend 20 HP oder was das waren. Aha. Aber die haben 1st turret bekommen. Nice, das ist gut für den Draven. Guck mal Trash mit DFT. Läuft. Boah. Haha. Jo, nice. Nice, nice. Die Falschheit deines Appetits ist abstoßend. Äh, Lee Sin halte ich persönlich überhaupt nichts von. Ist für mich also einer meiner Lieblingsjungler, wenn ich die im Gegner-Jungle habe. Sagst du, ist Futter für dich? Ja, eigentlich. Es sei denn, es ist so ein Oberskiller, der wirklich nach, was weiß ich, 5 Minuten 4-0 steht oder so. Glaube ich nicht. Aber ansonsten ist ein Lee Sin, weil der im Early halt immer noch so stark abfällt. Also, das habe ich glaube ich auch schon öfters gesagt. Der Jungler, wo ich am wenigsten Angst vor habe, glaube ich. Aber freue ich mich immer, wenn ich einen sehe. Lange nicht mal gesehen den Hut. Ja, das Problem ist, den können viele auch nicht. Gerade auf dieser Elo hier. Und Lee Sin braucht im Early Kills. Mhm. Ja, die meisten geben ihm aber Wack-Kills. Ja, aber nicht auf der Elo hier. Ich habe schon Lee Sins gesehen. Habe ich auch ein paar Szenen auf dem Rechner. Die haben so eine Scheiße gebaut und die Gegner dann mit ihrem Kick gerettet und was weiß ich was alles. Ja, Made von mir war genauso. Aber ich sage, spielst du nochmal die Szenen? Das schieße ich aus der Fall. Hehehe. 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 So, Schurz, dann wäre das klar. Alle Lanes verlieren. Können die nicht mal safe spielen, die Wichser? Nein. Einmal nicht. Ich glaube, das kann man wirklich erst ab Challenger. Keine Ahnung. Ich schreibe das auch so oft. Und dann... Ja, der Jungler ist sowieso... Oh! Na klar. Ich werde gegeln. Da stirbt oben und 1v1 oder wat? Hm, ich habe es gesehen. Ich wollte dir gerade helfen. Alter Vater. Ja, ich bin mal da. Level 3 als Darius. Ja, Darius Feeden, das habe ich auch vor dem Spiel gesagt. Das ist natürlich dann... Ja, gegen Darius. Ja, sorry. Ja, Darius Feeden halt. Das ist halt auch eine gefährliche Sache. Ansonsten habe ich mit Darius auch kein Problem. Aber wenn der richtig fett ist... Boah, Kragasama... Kannst du dir nicht mal Rüstung kaufen? Was hat Q denn von dem J4 und Damage gemacht? Holy shit. Und vor allem als Pantheon, Digga. Verrat mir das mal. Wie kann man als Pantheon einen Darius Feeden? Geht. Der kommt doch normal gar nicht dran. Äh, doch. Wenn der dich einmal hockt, bist du tot, weil du... Ja, aber... Ja, aber da darf man ja normal gar nicht dran kommen. Die Sperer haben noch eine höhere Range als der Hook. Ah, ne, der ist bestimmt voll reingegangen. Der hat ihn auch gegen gehalten. Ja, guck mal, der Pusch bin großer. Ja. Er ist auch richtig als Pantheon normalerweise, aber... Ja, trotzdem. Soll er nicht trainen. Hat er bestimmt den ganz normalen Fight verloren. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Geh mir doch nicht auf die Ketten, Junge. Doch, doch. Der will frühe Killz, habe ich ja gesagt. Ja. Ist halt... Ist halt... Ja, Gott sei Dank. Aber wenn du jetzt einen schlechten Midlaner hättest... Ja, der Midlaner war jetzt schon nur ein 5. Ja, das ist es halt. Der Lee macht's genau richtig. Ach, schon wieder tot. Alle Lanes fieben. Armes Puffen. Mhm. Die Runde danach, die holen wir, Digga. Können ja demnächst, wenn du auch mal zu dritt sind, eine Runde Flex-Flu spielen, meinetwegen. Oder bist du da auch so hoch? Ne, ne? Mhm. Silber bin ich da. Ja. Kann nur auch mal ein Flex-Flu machen. Habe ich auch noch nicht viel gemacht. Könnte ja Elo bist denn du da. Ja. Bronze 1. Jaja. Ja. Oh, da kommt X hin. Hast du denn deinen Placements gemacht? Nö, du... Ach, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, mit wem ich die gespielt hab und... Weiß ich nicht. War aber auch gar nicht so übel. Vor allem war dann auch lustig, dann direkt 35 Punkte gekriegt für'n Sieg. Ja, läuft bei dir. Ja, krieg ich, glaub ich, auch immer noch jetzt. Also wenn wir nur 1 gewinnen. Ja, warum? Bronze 1. Warum wollte er Topline von mir, wenn er so reinscheißt? Ach, hast du auch noch freiwillig abgegeben, Digga? Naja, du... Ich dachte, er fühlt sich wohl, weil die schon getauscht hatten. Niemals! Ja, die hatten aber schon... Hab das ja immer nur schlicht Erfahrungen damit gemacht. Hab ich auch. Ab und zu früher gemacht. Wenn einer geschrieben hat, oh, bitte lass mich junglen, lass mich junglen. Niemals. Ich geb meinen Jungle nicht mehr weg, wenn ich ihn kriege. Oh Mann, ey. Ah, mach dir nichts raus, Puffy. Bei uns scheißen sie auch alle rein. Geh immer am Early. Ja, leider. Aber gut, dass ich hier bin. Boah, ist das so schwer, Skills zu dodgen. He. Eigentlich nicht. Die einzigen, die ich nicht dodgen kann, sind die von Blitzcrank. Das krieg ich nicht hin. Ha. Ja, gut. Ja, ist so. Stehe ich auch voll zu. I am fucked up. Rekos steht erstmal auf Karom. Läuft. Siehst du, Jungler schuld. Da hat er seine Antwort. Ach, geh mal mit Level 3 ganken, Mann. Was soll denn das? Mit Level 1? Genau. Vorm Golem. Gib ihm. Ach ne, vorm Blue Buff. Oh Mann, diese Edo kotzt mich an. Ja, aber das ist doch geil. Das ist in jedem zweiten Spiel so. Das ist ein Gunk. Hier, siehst du? Er weiß es. Ha. Alter, ey. Genau so macht es immer. Ja. Aber das ist einer, der es weiß. So macht man das als Ki. Klar, wenn ich die Shanks sehe, dann geh ich auch ganken und hol mir einen Kill. Aber wo willst du ganken gehen? Hier, guck mal, die Botlane voll reingepusht. Botlane ist 0-2. Ja, und vor allem voll reingepusht. Midlane ist so unmöglich zu ganken. Und vor Level 6 sowieso. Gut, Toplane, wenn ich jetzt in der Nähe wäre, könnte ich ganken. Aber es ist die einzige. Ja. Oh, ne. Oh, ne. Ich bin noch mal grad übel am rumfällen. Mal fragen, ob du AFK bist. Mhm. Oh, Toplane ist der Lee. Sorry. Ich bin grad wieder so blöde zum Farmen. Ich zeig ihm jetzt erstmal, wie AFK ich bin. Guck mal, der hat jetzt gar einen mitgenommen. Nice. Happen. AFK. Hammer auf, ey. Hehehe. Das ist doch meine Antwort. Ich antworte mit Kills. Au. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und schon steht's von 5. Kannst du mal sehen. Ja. Und Lee hat nur einen einzigen Kill. 30 Farmen. 25 weniger als ich. Ja, gut. Kommt doch mal mit dem Camp, ne. Ja. Das ist es halt. Wenn dabei keine Kills rumspringen, ist es für'n Arsch. Ja, ging nochmal gerne. Ja, was ich immer sage, ne. Das ist nochmal so. Nur das verstehen die meisten halt nicht, dass Lee so funktioniert. Ja, und nachher, wenn du einen Panda machst, himmeln dich alle an, sagst du. Hehehe. Ja, das brauchen sie dann auch nicht, ne. Ah, lade ich demnächst auch noch hoch ein Game. Das war, glaub ich, mein Aufstiegsspiel zu Silber 1. Da hat mich ne... Wer war's? Jenna. Die hat genau denselben Scheiß geschrieben, wie die eben. Genau dasselbe. Und dann, oh je, oh. Ja, da hat's ein feuchtes Hülschen gekriegt, ja. Gut, dass du das jetzt jetzt gesagt hast. Oh, dein, dein Ding ins Spottet. Oh. Dann muss ich mal nachkommen. So, was? Das ist auf meinen Farm. Hey ho, let's go. Uh, ich hab'n Kill. Wuh, ich hab'n Kill. Guck mal, da läuft der Nächste. Hmmmm. Guck mal, da läuft mein Triple. Mh, ich hab'n Kill. Oh, ein Infernal Drake muss ich hin. Da ist Lee. Ja, sorry, musst du grad muten. Wot, warum? Mh, ja, alles gut. Ich hab' mir grad'n Ding, äh, hehehe. Gott sei Dank hab' ich das nicht, Gott sei Dank hab' ich das nicht zu Ende ausgesprochen. Guck mal, mach'n alle, wenn du kannst. Wann ich ja nicht, weil ich nix abhabe. Willst du? Hier oben ist er. Hätt'n die einfach nehmen sollen. Hab' ich versucht. Waaah, keine Vision. Alle Fienden. Und muss raus. Ne? Ja, der ist weg. W-E-C-H. Weg. Egal, beim nächsten Mal ist er dran. Japp. 1-1, der Flötenkönig. Ich 4-0. Ich frag' nicht, ob ich AFK bin. Hey! Was machst du denn hier? Bist aber ganz schön lowlife. Ja, ich hab' mich grad noch Captain lassen, weil mein Plexcher auf CD war. Hat er seine Ult gezündet, die nix gebracht hat. Ich geh' mal den Farm nehmen, ne? Japp. Und dann musst du dich das flamen, weil du meine Farm, dass du meine Lanes zerstörst. Ja, mach das. Du musst mich pingen jetzt, wie so ne große. Okay. Genau, so ist richtig. Aaaaah, jetzt bin ich mad. Ich hab' überhaupt noch meinen aufgesetzt. Ach komm, ich hol mir noch mal einen Double. Ach ne, das brauch ich gar nicht mehr. Ja, nice. Oh, ein Pinkwort. Gar nix. Alter, ich bin der übel sich an der Farm, oje. Echt? Report? Oh ja, 30 Farm. Loll. Du musst dich auch ein bisschen konzentrieren, wa? Ja, die ist grad weg. Ja, die ist grad weg. In das Mitte. In war Mitte. Hey, das wird ja der nächste Sieg. Steh' ich mit 80 Punkten Silber 1. Ne, ich hol' äh, Spiel Tower bitte. Ich hol' mir erst ne Red und komme dann Mitte. Was? Hilfe! John, was war jetzt los? Das war weg. Ach, da ist er ja. Wir haben Baron gemacht, Alter, aber weißt du wie schnell? Oh. Oh, oh, oh. Rami ist gleich da. Alles gut. Ne. Was will er machen? Ich hab leider kein Flash. Oh Mann, no. Zurück, zurück, zurück. Zurück. Trash kommt auch. Und Jinx auch. Und ich hab' kein Uld mehr. Ja, und ich hab' scheiß Farm. Die hab' ich jetzt gewastet. Kämpfen die doch? Ne. Ah, die wollen nur ein Rack. Das ist ein Cloud Strike. Ja, den lassen wir den auch. Oder? Ne, MF geht auch hin. Das war der Klo, lol. Los, ulten, ulten. Ulten, ulten. Ulten, ulten. Komm' auch mal. Oh, ja. Ah. Nein, noch hingeflasht. Schade, dass ich kein Uld hatte. Hab' ich's verkackt. Jetzt geh' ich in ne Ecke und schäme mich. Vor allem, er spammt sein Symbol und es zu dumm einen Woordjump zu machen, oder was? Das Web spammt hier so'n Symbol. Der Lee. Hat sein Symbol gespammt, aber zu dummen Woordjump hinzukriegen dabei. Wow, der ADC fehlt immer nicht rein. Was ist los? Ich habe dieses Schwert immer getragen. Ich ärgere ihn jetzt noch mal ein bisschen. Oh ja, Tildin. Gangster. That's the way we go. Fideralala, fideralala, fideralalala. Ah, der hat sich. Sind nicht meine Gedanken. Oh, hier unten geht's bestimmt gleich scharf. Rellkos kann runterkommen. Ich komm' auch mal. Oh. Komm her, Lee. Komm. Ja, meine kleine Bitch. Oh. Joa, guck mal, das Kick, der war ja unfall. Aber ich bin oben. Ah, die haben mich exhausted. Scheiße. Komm. Oh. Los, Holzer. Holzer, alle weg, wenn ich hier schon denke. Sowas von oben. Holen die ja. Jawoll. Welkur zu ult. Oh, ich habe extra jetzt der MF noch ein Schild. Tham lebt noch. Ich lebe nicht. Achso, Tham hast du gesagt, ne? Achso, Tham hast du gesagt, ne? Ja. Oh, er hat die noch gekillt. Nein. Höhe. Tam Kench mit Double Kill. So wollen wir das sehen. Haha, das sah zu geil aus. Ich erinnere mich an eine Ferne an uns. Hoffnung. No. 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 Der Autofill ist in nucich nicht drüber beschwert, nein. No. Vor allem, der nur noch mal so schön spielt. Ja. Und mich gibt noch mal so ein kleines Kind. und nicht irgend so ein scheiß wie brand oder so einen richtigen so viel muss ich komme zu dir und haben wir schon gar nichts aber habe ich gepennt lieber topside habe ich eben gesehen ja läuft die ganze zeit schon das war halt nur ganz der anfang der nicht gelaufen ist wo auch schlimmer ich will nachher auch noch haben der hat mir gerade den arsch gerettet ich bin tot gewesen ich habe auch noch einen tower best du den tommy manuhr party people boah die sind ein hollow boy na komm doch in den tower toraca silence alter gute kinder kann man so schlecht sein top lane j4 12 kills mit den leblanc 14 kills lucien adc 8 kills sorry ich musste gerade die alles gut alles gut jetzt nicht mehr scheiße das hätte sein aber mhm mhm Na gut, jetzt sind wir natürlich auch richtig fett vorne, ne? Guck mal, 26.10. Ja, bis auf meinen Farben ist alles gut. Wie weit machen wir das? Bis dir oder werden wir Platino? Ja, wie meinst du das? Ich dachte, du wolltest dir nicht nur eine Chance geben, Kappa. Guck mal, das ist ein Feiner. Ich bin jetzt auf der Nacht. Ja. Beschlossen. Ja, keine Ahnung, ich habe keine Lust mit solchen Kindern. Ich habe jetzt drei Games untereinander bekommen. Reicht. Boah, Leute. Doll. Vereine mich. Wer noch wegkommt, der Gangster. Oh, leu. Oh, leu. Oh, leu. Oh, leu. Wie sie mich outplayed haben, ey. Warst du greedy? Aber volle Granate. Boah, war das schlecht. Oh, leu. Oh, leu. Kack für noch eins. Keine dumme Aktion gebracht. Ja, stimmt. Das war wieder meine hyper dumme Aktion. Die brauche ich ja pro Spiel. Oh, leu. Ich habe aber nicht damit gerechnet, dass die da bleiben und mich nochmal fighten wollen, ey. Wenn der Velcroz jetzt... Oh, fuck, ich hab's doch. Und diese Ohne. Mir fällt gerade auf, wir haben gerade mal einen Tower verloren, ne? Ja. Ja, das war jetzt keine Anspielung. Also, ich meinte das im Positiven. Ich glaub, der Lee ist getildet as fuck. Meinst du, warum? Wie steht er denn jetzt? 3-8. So steht man als Lee halt. Wie, AFK? Ach, mach. Soll ich nochmal tilten? Ja. Ich komm gleich zu euch. Jo. Oh, WFK ist doch... Hab ich. Der antwortet mir aber gar nicht. Hm, wer? Was? Nein, nicht du. Der Lee. Der ist drei Level behind, ja. Das könnte ich jetzt in dem Game sein, davor. Ja, ich... ich ärgere den noch so ein bisschen. Aber der antwortet nicht. Er hat keinen Bock auf mich. Ja, der Kragas, ne? Der von mir die Top-Lane... Oh, darin brennt mein Penta. Meinte dann zu mir, ich soll reported werden, weil ich useless als Jungler bin, nachdem alle Lanes verloren haben. Haben die Gegner ihn ausgelacht. Ja, haben die Gegner ihn ausgelacht. Kurz Ruhe. Eins. Zwei. Drei. Oh, Mann. Ach, du hast mir einen Penta schon geklaut. Loy. Loy. Sorry. Brauche ich mir ja gar keine Mühe mehr zu geben. Penta! Ach, ne. Hast du mir ja schon wieder geklaut. Ich wäre eh kein Penta geworden, du hast lange gebraucht. Ja, klar. Du hast lange gebraucht. Du hast lange gebraucht. Ne. Doch. Denk schon. Ja, das hätte ich an deiner Stelle jetzt auch gesagt. Das klären wir noch, ja. Das klären wir. Das wird das klären, ey. Und da vier Augen. Aber nicht weinen, ja. Danke. Scheiße, jetzt sterbe ich auch noch. Egal, den nehme ich mit. Oder? Ah, ne, nicht ganz. Mist, hätten wir früher rausgehen sollen. Waren vier. Der ist ja auch ganz schön mutig. Ja, ja. Waradier möchte auch. Deswegen sage ich. Da hab ich doch völlig mit gerettet. Ja, wo bin ich denn? So. Wo bin ich denn? Okay, da mach ich grad echt schlimmer Fehler. Ja, alle. Die hätten rausgehen sollen. Ja. Alle noch gestorben. Lol. Die haben uns geacet. Ja, war aber bei dich nicht wo stehen. Wollte dann wieder rein. Irgendwie. Keine Ahnung. Du wolltest mir nur zweite Chance auf den Penta lassen. Gibst du. Ach, sowieso. So. Halt die Augen offen. Ah, sind abgedreht. Ja. 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 Wie viel Gold brauche ich noch für Stuckys. 1 1. 600 Gold. Ja. 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 Oh, da fehlt mein Pinky. Was soll das denn? Ja. Ja. Wie viel Gold. Na gut, dann gönne ich mir mal den Farm bachen. Mhm. Ja. Na guck mal, da hab ich die andere. Wir so abhauen, als ob du einen Stein ins Wasser wirfst und die Fische alle so auseinanderschwimmen. Dacht ich mir auch. Ja, die müssen jetzt eh botlern gehen. Unser aber nicht. Doch, Jinx ist schon da. Wenn sie jetzt fighten, sind sie tot. Hat sie immer noch nicht gewonnen? Doch, gleich. Ich warte ja noch auf meinen Penta, weißt du? Du bist ja ein Arsch, Alter. Nein. Ah, Hilfe! Okay, let's go. Oder was? Na klar, den ersten hab ich schon. So. Was, darf ich pflegen? Ja, ja, ja. Oh, ich bin nicht ganz drangekommen. Komm, komm. Greed! Oh, ne. Oder wir. Ich kann dich nicht mehr konzentrieren. Ich kann dich nicht mehr konzentrieren. Ja, gut. Komm, nächsten Teamfight nehmen wir richtig und dann machen wir so nass. Okay? Guck mal, die alle schreiben über dich. Ja, sie haben ja auch recht. Das war ja jetzt... Boah, zweite dumme Aktion in diesem Spiel, dann darf ich im nächsten Jahr gar keine machen. Oh, Rommelie, auf Kredit. Ja, aber ich hab das extra gemacht, weil zum Barren bin ich wieder da. Naja, in 10 Sekunden. Aber... Die wollen den doch wohl nicht machen jetzt. Nee, das wär übel. Das würde mir nicht gefallen. Bitte warte einfach, Pantheon. Oh, guck mal, da ist die Fick. Ja, ich bin auch unterwegs. Was? Wollte Darius den Solo machen, oder was? Kann ich euch gleich sagen. Guck jetzt zu. So, nee, die machen ihn aber nicht. Dachte ich mir. Ich glaub nicht, dass er den Solo machen wollte, da war ein anderer in der Nähe. So, es geht scharf. Okay, erster ist down. Zweiter hoch. Ich find aber kein Panther for you. Nö, mach doch nicht. Ja, ich kann ja im Moment uns tanken, ich hab kein Leben. Gehst du mal mit hin? Ja. Oh Gott. Nummer Aktion von dem F. Was? Reingeflasht. Hm. Oh, ich hab den Drake nochmal gemacht. Ich ging so in den Leeson. Hm. Hm. Wer brauche ich für meinen Schutzengel? Zwei, eins. Oh, warum ist das alles so teuer? Hm. 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 das reicht immer noch nicht verdammt das braucht noch 100 gold damit ist ein minion ja ich geh auch mal top lang gegen pushen wohl mein gold schon reicht aber trotzdem wo ihr fightet mutig was machen die denn ich hoffe ich hoffe nicht okay nein das ist dumm leider misst oh Gott und das ist da wo das kommt ist er echt von hinten rein PUNTER BÄM da ist er mit ansage 1 vs 5 so geht das und die gegner geben auf was los bittes ja ist ja gut ich werde mich ja wohl auch mal ein wenig gehen lassen dürfen ich hoffe auf jeden fall euch hat das game gefallen und wenn ja schaut mal wieder rein in diesem sinne bis bald euer RAN